Ich freue mich sehr, dass wir hier und heute in unserem Rathaus Kreuzberg eine Tagung beheimaten dürfen, die dazu beitragen will, all diejenigen Akteure miteinander zu vernetzen, die sich eine entwendige und lebenswerte Stadt wünschen. Und das Wohlbefinden und damit die Gesundheit der Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner in den Fokus nehmen. Es würde mich sehr freuen, und ich bin überzeugt davon, dass das passiert, wenn diese Tagung und die anwesenden Verantwortlichen sensibilisiert und ermutigt werden bei ihren Aufgaben die Auswirkungen auf das Wohlbefinden und Gesundheit der Menschen mitzudenken und Rücksicht darauf zu nehmen. Ebenso ist die Zivilgesellschaft das bürgerliche Engagement von überragenden Bedeutung, um aus Städten lebendige Orte, sozialen Miteinanders und damit gesundheitsvollständige Orte zu machen. Ich glaube, die heutige Tagung ist ein weiteres Puzzlestück bei der Beantwortung der vielen Fragen, die wir im Moment gerade in Sicht der kommunalen Entwicklung haben. Die Frage können und wie können wir es demnächst gesund in unseren Kommunen überhaupt wirken? Können wir die Kluft zwischen Arm und Weich, oder zwischen Jung und Alt, die Kluft zwischen den verschiedenen Lebenskulturen überhaupt dort überwinden? Können wir etwas tun dafür? Sind wir alle selber unseres Glückes schmieden oder unseres Unglückes schmieden? Oder können wir vielleicht auch, wie der Kongress, Arm und Gesundheit gerade gezeigt hat, vielleicht auch gemeinsam unser Glück schmieden, um zu gucken, was wäre das, was dabei herauskommt? Wäre das besser als das, was wir jetzt haben? Und die Frage, können wir und wie können wir überhaupt Einfluss nehmen auf Lebenswelten oder auf unsere Umwelt? Können wir Stadtplanung, können wir Gesundheitspolitik in der Stadt genügend beeinflussen, sodass es deutlich besser wird als heute? Also, lebendige Stadt, was ist das eigentlich? Ist das so eine wirbelnde, durcheinander fliegende, hektische, laute Metropole, wie da oben zum Beispiel darin gezeigt, wo man merkt, da ist ein Verkehr, der auch nach links fährt? Für uns vielleicht sehr ungewöhnlich, aber es lässt gar keinen Platz für Fußgänger oder für Radfahrer oder sonst irgendwas. Das sind die typischen Straßenschluchten, die wir kennen aus solchen Metropolen. Oder könnten wir uns lieber vorstellen, in einer Stadt wie Potsdam zu leben, wo ein Wimmelwähl hier unten zeigt, wie vielleicht Straßenschluchten auch aussehen könnten, die es vielleicht lebenswerter machen, in solch einer Stadt zu leben. Und ich denke, die Frage wird sein, eine Stadt der Bürgerinnen und Bürger, eine Stadt, die sowohl den gesundenen wie den kranken Menschen Unterstützung gibt und dafür eben auch Gesundheitswahrer aufbauen ist. Ich will auch nur auf einen Punkt eingehen, weil dem auch hier durch diese Tagung wichtig ist. Das ist die Basis der Innovation der sozialen Arbeit, die man gerade so als säkulare bezeichnen könnte, weil sie gerade auch sehr lange dauert. Das ist der Übergang von der paternalistischen Tür zur Hilfe und zur Selbstbestimmung. Das ist sozusagen das, was in der sozialen Arbeit von der Euterwartrate angekommen ist. Und die soziale Arbeit ist auch ein bisschen fixer, sich auf dieses neue Paradigma einzustellen, als zum Beispiel im Medizinsystem. Aber es geht immer trotzdem lang. Es ist ein langsamer Prozess, aber der sehr viel zu tun hat mit dem Thema unserer Tagung, Hilfe zur Selbstbestimmung. Weg von der paternalistischen Fürsorge. Und es hat natürlich viele, viele Hindernisse. Und es hängt mit den Finanzierungslogiken und der Notwendigkeit von bürokratischer Qualitätssicherung, grundsätzliche Rechte, wo man gar nicht bestreiten kann, Wirksamkeitsnachweise zusammen. Wir haben aber eigentlich in der Praxis so ein Kriterium entwickelt, sozusagen Projekte, bei denen die direkte Partizipation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewährleistet sind, sind gut. Und bei Projekten, wo das nicht der Fall ist, die lassen wir lieber. Und ich finde, das ist eine ganz gute Leitlinie, wenn man sich über Stadtentwicklungen, Gedanken macht. Das ist eine Frage natürlich der Haltung. Nichts, was man sehr bewerbt hat. Da darf man so sagen, man weiß, Partizipation ist anstrengend, dann kann was schief gehen, viel Chaos. Aber da muss man durch und darf man keine Angst vorhaben. Und das wünsche ich so gut auch. Nicht nur dieser Tagung hilft zur Selbstbestimmung oder Unterstützung zur Selbstbestimmung. Das wünsche ich auch allen Projekten, die von dieser Tagung ausgehen. Meine persönliche Überzeugung ist, ohne geht es nicht. Als ich vor 50 Jahren in Volkswirtschaft, Lehrerin, Fachwohnungswirtschaft studierte, gab es zwei Dokumente, das war die Zeit der sozialen Marktwirtschaft. Der eine Dokumente ist, 25% des Wohnungsbestandes in einer ordentlich geführten Stadt gehören die Stadt. Das ist ein Dokumente, das war klar, das muss so sein. Weil sonst kann man die Prozesse des sozialen Atmens, was jede Stadt tut, gar nicht steuern. Das zweite Dokumente, 20% des Haushaltseinkommens dürfen für die daraus gegeben werden, wenn es mehr ist. Das ist ein Dokumente. Das hat man gesagt, völlig klar, wer darf nicht sein. Da kann man sehen, was die Deregulierung auf Druck des Finanzkapitals da ganz schön abgewäumt hat. Wie gesagt, ich sehe ja immer die Zahlen, jetzt sollen bis 2021 sollen wir so sein, dass in Berlin 5.000 neue Zahlwohnungen mitgebaut werden pro Jahr. Es fehlen aber 80.000 bis 120.000 Zahlen an Wohnungen. Man kommt über drei Jahre, die 5.000 sind, ein Schritt in die richtige Richtung. Ich kann das nicht mehr hören mit dem Schritt in die richtige Richtung. Wenn sozusagen die Probleme, die eine Dynamik haben, eine brechbare Dynamik und unsere Beiträge zur Lösung immer kleiner werden, dann mag der Schritt einer sein. Aber die Richtung stimmt da nicht. Die Richtung ist da nicht mehr auf Problemlösung, sondern auf Problemverwaltung gerichtet. Das ist zwar jetzt gar nicht den Akteuren vor Ort vorzugehen, aber das muss man einfach unbescheidener werden. Das ist die zweite Ratschlag, die ich habe in meinem Beruf als Gesundheitswissenschaftler. Da steht alles heimlich drin, was wir hier bevorhaben in der Ottawa-Charta für die Gesundheitsförderung von 1926. Nächstes Mal, das ist ja ohnehin ein wunderbarer Text, meinen liebsten Textteil aus der Ottawa-Charta vor. Gesundheit wird von Menschen, die ist ihrer heils wirklich umweltlich geschaffen und gelebt. Gesundheit entsteht dadurch, dass man sich um sich selbst und für andere sorgt, dass man sich in die Lage versetzt, selbst Entscheidungen zu fällen, seine Kontrolle über die heilen Lebensumstände auszunehmen. Sie entsteht dadurch, dass die Gesellschaft, in der man lebt, Bedingungen herstellt, die all ihren Bürger in Gesundheit erlögen. Juliane, ich bitte dich, uns zu helfen, aber vorher muss, das ist mein Part, sondern wir sind abgesprochen, da muss jetzt ein Mann haben, um sie alle aufzubringen. Herzlich willkommen zum interaktiven Theater-Internet-Zoo. Es sind alle eingeladen, Akteure zu sein. Wer das nicht möchte, hat jetzt 30 Minuten Pause. Das ist ein Zeitpunkt, dass wir auch den Übergang von Elisabeth Voss hinkriegen. Ja, ich möchte euch nämlich etwas ganz Schönes erzählen. Vor ziemlich genau einem Jahr war Muth Warnow in Berlin, eine Kanadierin, die global für das Recht auf Wasser unterwegs ist. Sie war eingeladen von Aktivistinnen und Aktivisten von Desperlina Wassertisch und hat die Idee, die Praxis einer Blue Community vorgestellt im Abgeordnetenhaus. Bei Blue Communities geht es darum, dass sich Städte, Gemeinden, auch Kirchengemeinden oder Unternehmen zum Recht auf Wasser bekennen, eintreten aktiv für kommunales Wasser, gegen Privatisierung und vor allem auch dies praktisch untermauern, indem sie Leitungswasser trinken, statt Plastikplöver irgendwelcher Konzerne, die, wie wir wissen, anderen Ortsmenschen das Wasser, aber sie zum Leben bräuchten, abgraben. Und heute ist der Weltwassertag und heute im Abgeordnetenhaus, wahrscheinlich gegen 17.30 Uhr steht es auf der Tagesordnung, dass Berlin sich heute zur Blue Community erklären wird. Da haben viele Leute sich für eingesetzt. Und ich bin unkündig, dass das nicht wieder. Wir werden uns so ein bisschen auf die Reise begeben, was von dieser hoffnungsvollen Anfangsphase der Urbanisierung geblieben ist und welche Hoffnung das Städtische heute hat. Und wir werden uns also vor allen Dingen mit den gesellschaftlichen Dimensionen des Städtischen beschäftigen. Also wir werden uns so viel über Bauen und Strukturpläne reden, sondern tatsächlich darüber nachdenken als Sozialwissenschaftler, welche gesellschaftlichen Anlekte stecken eigentlich in der Stadt. Und das geschieht alles in einer zunehmend urbanisierten Gesellschaft. Also Ongel Befeber hat schon im 60er-Jahr gesagt, wir werden auf eine total urbanisierte Gesellschaft hinzusteuern, in der alles städtisch organisiert ist. Also dieser Unterschied zwischen Stadt und Land, den wird es irgendwann gar nicht mehr geben. Und wir sind da auf einem sehr guten Wege in diese Richtung. Wenn wir uns überlegen, welche Funktionen das Städtische hat, welche Funktionsstädte haben wir. Weil in vielen allen Städten ist es Chaos, aber ein Chaos mit ganz vielen Regeln. Jetzt hier ausgedrückt mit den Bildern vom Verkehrschaos in der Stadt wie Berlin. Die Stadt ist aber auch Infrastruktur. Jetzt haben wir hier ein Infrastrukturprojekt, was noch nicht ganz herbst gebaut ist. Und dass Infrastrukturen, die Städte brauchen, nicht nur Flughäsen sind, sondern eben auch soziale, kommunale Einrichtungen, Gesundheitseinrichtungen, bitte ich mitzudenken. Und auch da befinden wir uns eigentlich in so einer Art Dauerbaustelle, die nie so richtig herrlich zu werden. Stadt, ganz wichtig, ist Wohnort in Berlin. Es ist ein Wohnort zu 85 Prozent durch Mietverträge organisiert. Also eine Mieterstadt, wie die meisten Großstädte in Deutschland. Städte sind aber auch der Ort der Arbeit. Gerade in den letzten Jahren beobachten wir, dass das als eine Tertialisierung der Stadtentwicklung beschrieben wird. Also die Rückkehr von Arbeitsplätzen in die Innenstädte, die Hoharbeitsplätze, vor allem Dienstleistungs- und Servicearbeitsplätze, die die Stadt der Industrialisierung deutlich abgelöst haben. Also wenn wir vergleichen, in welchen Berufe die Menschen arbeiten, dann ist ein ganz, ganz starker Trend, dass es immer mehr Service- und Dienstleistungsgruppe sind und dass sozusagen industrielle, manufaktrielle Arbeiten tatsächlich nicht nur räumlich, sondern auch insgesamt an den Rand der Gesellschaft gedrängt wird. Die Stadt ist auch Grünfläche hier die schönste und größte, weil da auch von den Bewohnern der Stadt selber durchgesetzt wurde mit dem Tempelhof Volksentscheid, Grünfläche in der Stadt, die auch deutlich macht, also Stadt ist nicht nur Arbeit zum Wohnort, sondern für viele andere Bereiche des Lebens. Der Ort, an dem die ausgeübt werden, die Stadt kann aber auch Brache sein. Dieser Immobilie-Ansatz jetzt ist im Prinzip ein, man könnte sagen, ein versuchtes Paradigma, das mit dem Prinzip der Sozialität arbeitet. Also man sich sagt, lauf doch, wo du laufen kannst. Wenn das nicht alleine geht, kann man sich natürlich auch Hilfen dazu holen, zum Beispiel Gehstöcke oder Schuhe oder ein Polarform. Wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht geht, man längere Distanzen zurücklegen möchte, dass man körperlich nicht allein ist zu laufen, zum Beispiel gibt es diverse Hilfsmittel, die meistens Rollen benutzen. Das sind einerseits natürlich zum Beispiel das Fahrrad oder Fahrertaxis, Mobilitäts-Scooter, Einkaufswende, so etwas wie Segways und viele verschiedene andere. Wenn das auch wiederum nicht geht oder man noch längere Strecken zurücklegen möchte oder andere Bedarfe hat, dann sollte man den öffentlichen Verkehr nutzen, der dafür natürlich bereitstehen soll. Da gibt es ganz, ganz viele Arten, die man da bezeichnen kann. Das ist natürlich hier in Berlin, die S-Bahn, U-Bahn, Busse. Es gibt andere Schwete, die haben zum Beispiel Seilbahnen in der Stadt als Form des öffentlichen Kompressionsverkehrs. Fähren kann man dazu zählen, zum Beispiel Rolltrecken, wie sie in Hongkong, zum Beispiel auch mitten in der Stadt gebaut werden, als Transportweg. Und da gibt es vieles verschiedene andere auch. Und dann, als eher letzte Option, kann man sich dann, wenn das doch mal sein sollte, auch das dann als Auto zu Hilfe ziehen, das dann im Optimalfall geteilt, also Carsharing sein sollte oder gemietet. Insgesamt gratuliere ich der Veranstalter, dass sie groß zugegriffen haben, nicht so in den kleinen, kleinen, in einer Gesundheitsförderung. Das ist alles wichtig, das kann ich nicht nachführen. Wenn man das verstärkt auf den Weg für die Größen und Zusammenhänge und deswegen finde ich das gut, dass er höher einsteigt. Und was Kinder, die dabei tun, wir bewegen uns auch psychisch und mental immer in einen Korridor. Der obere Korridor heißt, das ist durch ein Wort in Schilbahnenbezeichnung, bleibt realistisch, fordert das Unmögliche, weil nur das scheinbare Unmögliche sind eigentlich die realistischen Lösungen. Das kriegt man normalerweise auch morgen aber nicht hin. Und die anderen halt gehen hier unten. Und dann von der AOC und sagt, es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als die Dunkelheit zu klacken. Ich danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.